Sony Professional zeigt auf der diesjährigen IFA zusammen mit unseren Konsumerkollegen die komplette Kette der 3D-Produktion von der Linse, von der Kamera bis hin zum Fernseher zu Hause. Lens to living room. Nur Sony kann diese komplette Kette abdecken. Was wir hier machen auf der IFA ist, wir haben eine Live-Bühne, auf der Musik-Acts, aber auch andere Sachen laufen. Das wird mit 3D-Kameras aufgenommen. Das läuft dann durch unsere 3D-Prozessorbox MPE 200, um das von den Stereografen anpassen zu können. Durch unseren 3D-fähigen MVS 8000-Mischer, natürlich auch auf unseren Monitoren. Es wird zugespielt mit unseren Rekordern SRW 5800 mit 3D-Material und das alles wird wiedergegeben auf einer großen 3D-LED-Leinwand hinter der Bühne, sodass der Zuschauer hier in der Halle die komplette 3D-Produktion sehen kann und wirklich ein richtiges 3D-Live-Empfinden hat, Live-Experience hat und nicht nur das Ganze aus der Konserve wiedergegeben wird. Die Resonanz, die wir bis jetzt haben auf diesen Events, ist phänomenal. Leute stehen vor dieser Leinwand mit ihren 3D-Brillen an und lachen. Die finden das faszinierend, was man damit mit dieser Technik machen kann. Natürlich gibt es noch viel Aufklärungsbedarf, dass der Konsument verstehen muss, wie 3D funktioniert, aber es ist ein Event, wo wir wirklich zeigen können, wie emotional das Thema auch sein kann, wie stark man auch dieses Bauchgefühl der Menschen aufnehmen kann. Und das funktioniert wunderbar.